Hallo! Wenn du dir nicht sicher bist, ob du eine kurze oder eine lange Laufhose tragen sollst, dann könnte die RP 3 Viertel Tide die richtige Alternative für dich sein. Und damit liegst du in der Übergangszeit genau richtig. Die RP Tide bietet dir ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Das weiche Funktionsmaterial ist mit einem hohen Elastananteil ausgestattet. Und der sorgt für gute Passformen und ungestörte Lauffreiheit. Wenn du ins Schwitzen gerätst, erledigt das Material seine funktionellen Aufgaben. Die Feuchtigkeit wird vom Körper weg transportiert, wo sie dann verdunsten kann. Und so kannst du immer trocken trainieren. Im Kniekehlenbereich wurde bewusst leichtes und atmungsaktives Mesh-Material eingearbeitet. Wenn du die Frage stellst, wohin mit meinen Laufutensilien, dann findest du die Lösung hinten am Gesäß in der Reißverschutztasche. Die RP 3 Viertel Tide ist fast das ganze Jahr übereinsetzbar. Du kannst sie natürlich mit allen anderen Teilen der RP-Kollektion kombinieren. Du erhältst sie in allen Runnerspoint-Filialen oder direkt bei uns hier im Online-Shop unter www.runnerspoint.com.